Wirklich durch den Reaktor. Ziele auf dem Balkon. Ausschalten. Toll einsetzen! Bis zum Kontrollraum. Es ist noch 300 Meter. Verstanden. Heftiger Widerstand im Reaktorraum. Verstanden. Verstanden, Schuhe! Verstanden! Stop! Feind up! Feuer! Feinder! Schrei! Da die Täter hier rüber! Feinde von rechts! Wir sind beim Lastenaufzug. Eine Etage hoch zur Hauptebene. Mitchell, drück den Knopf. Errichte einen Schutz an der Tür. Verstanden. Mitchell, nimm deine Anwerbstrone. Bin in der Ausgang ist auf den oberen Stegen. Obere Stege, los! Ich verstehe kein Wort! Weiter! Wir haben es fast geschafft! Ausgang! Ausgang! Er schießt bei der Anruhe. Los und los! Ausgang! 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 Einer erwischt! Ich kann ihn von hier nicht sehen! Einer erwischt! Bereich sicher! Wir sind fast da! Kontrollraum direkt voraus! Da ist er! Gott! Alles okay? Mir geht's gut! Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie haben die Tür präpariert! Diese Konsole ist noch aktiv! Einklinken und Diagnose starten! Los an die Konsole! Prophet, seht ihr das? Bestätigt! Wir sehen dasselbe! Okay! Kerntemperatur stabil! Die Kühlberg müssen geflogen werden! Moment! Das Niveau sinkt! Die Dampfleitungen wurden unterbrochen! Was? Was? Versuche umlaufen! Gideon! Kerntemperatur ist kritisch! Abbruch! Gideon! Ich mach das! Wir haben eine Stufe 7! Support aus dem Bereich weg! Scheiße! Verstanden! Bravo! Status ist kritisch! Weg hier! Bravo! Reaktor kritisch! Support immer kommt! Geh! Die Zähne! Geh! 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 Bewegt uns los! Joka! Was hat denn dein Geigerzähler? Alles in Ordnung! Einfach weiterschießen! Profit! Da sind KVA Helis an den Nordturm! Bestätigt Bravo 1! Wir haben sie auf der Anzeige! Verstanden Bravo 1! Wir sind 30 Sekunden da! Bravo! Droganzeigen sind kritisch! Alle Männer da raus! Abnehmung! Abnehmung! Verdehung! 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 Explosionen! Hier fliegt alles in die Luft! Bravo! Geh! 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 twenty, two, three! Bravo, wir können nicht mehr an die Explosion! Geh! Bravo! Immer feiter! Immer feiner! avaitasch conviction! Ressさん rotis Eco November 208 2018 Bravo! Ouh weiter! Hörter! Alle zehn Männer verloren und ein Dutzend Verwundete! Hinsch, zwei, fünf wurde abgeschossen! Alle Einheiten, Landbruch! Da ist er! Bring uns runter! Er ist tot! Prophet, Atlas-Team evakuiert! Der Reich ist kompromittiert! Wo bleibt die verdammte Lust unter dir? Mitchell, komm schon! An Bord, los! Er ist tot! Er ist tot! Peace! Eine Eiermeldung! Es handelt sich um eine äußerst beunruhigende Live-Aufnahme. Das ist der Backend Pacific Reactor bei Seattle. Zeigungsberechnung! Sie hätten Gewehrschlüsse gehört, gefolgt von einer Explosion. Sie sind in der Hand von den Freunden. 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 Es folgt eine Live-Einspielung, Rohmaterial. Offensichtlich eine Ansprache des KVA-Anführers Hades. Liebe Mitbürger dieser Welt, heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus euren Schlungen geweckt wurdet. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren sie am Tag, als alles anders wurde? Vor vier Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören, wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir, wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität, Sicherheit, die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind, wir sind der Weg nach vorn. Wir sind der Weg nach vorn. Willkommen in Detroit! Zweieinhalb Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich! Du siehst scheiße aus! 22 Tage am Stück. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. Vier Jahre Jagd auf Harbes und seine rechte Hand klopft einfach so an der Tür. Das ist brillant. Ihm geht es sicher gut. Sie sagen, dass es doch sicher ist. Und du vertraust ihnen? Nicht vergessen! Ein Paket pro Sektor! Ich weiß nicht, dass das Schmerzen liegt, aber es ist eine einfache Prozedur, die uns hilft, ihnen zu helfen. Sobald Ihre DNS unserem System ist, weißen Sie Ihnen eine Aufgabe. Es gibt einige Witzenspielraum. Aber Ihre Fähigkeit müssen Sie mit den Aufgaben einstiften. Bei Weisen muss sie jemanden mit einem Boden abreichen. Wie denkt ihr das denn? Solange noch keine Zeit der Kettung waren, das weiß nicht nichts. Keine Aufmerksamkeit. Egal was geht, dass er weitergeht. Jeder braucht er ihr Leben. Moment, Captain. Scanner auf Isotope. Bitte warten. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay. Viel Glück da draußen. Wir hoffen, dass im nächsten Monat der Aufmerksamkeit... Wir hoffen, dass im nächsten Monat der Aufmerksamkeit... Geryon. Thoris. Sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit ist eingegeben. In Ordnung. Aufsteigen. Mit mir synchronisieren. Autopilot aktivieren. Bravo 2-1. Der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr takt. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt blauen 5. Nicht vergessen. Wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Bravo Ende. Name und Befehlsnummer. Geryon. Befehl 5527. Einen Moment. 4 Agenten auf Bikes wollen rein. Befehlsnummer 5527. Okay. Alles in Ordnung. Profit, Bravo 2-1, Passierlinie Delta. Wachsam bleiben. Ich kann nicht glauben, dass das Detroit ist. So viel hat sich nicht geändert. Sammelpunkt direkt vor uns, 12 Uhr. Profit, Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Mitch Rott, ich nehme die nördliche Seite. Hier zwei die südliche. Treffpunkt Bates Street. Verstanden. Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Wir halten die Augen offen. Räumfahrzeug voraus. Es sollte niemand in diesem Sektor sein. Einsatzvorgabe beachten. Leise bleiben. Wir halten die Augen. 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 Wir halten die Augen.